Frieda Kümmerer, SWR-Bahnexperte, hat die Pressekonferenz der Bahn zum Großprojekt Stuttgart 21 für uns heute begleitet. Die Gesamtinbetriebnahme soll also Ende 2026 starten, aber es soll schon vorher einen Testbetrieb geben. Was heißt das genau? Ja, das ist tatsächlich eine Art Kuriosum. Sowas hat es in der Form tatsächlich noch nicht gegeben. Die Gesamtinbetriebnahme Dezember 2026, aber schon ab Oktober 2025 sollen im Tiefbahnhof Testzüge fahren. Das heißt, die Bahn will auf Herz und Nieren diesen gesamten Bahnknoten und den neuen Tiefbahnhof testen. Und jetzt kommt eine Besonderheit, tatsächlich auch mit ganz regulären Zügen und mit Fahrgästen. Das heißt, ganz reguläre Züge sollen irgendwann im Jahr 2026 nicht mehr in den Kopfbahnhof fahren, sondern in den neuen Tiefbahnhof. Und die Fahrgäste werden dann kurz vorher, vielleicht einen Tag vorher, über App informiert, von wo ihr Zug abfährt oder wo ihr Zug ankommt. Und das ist tatsächlich ein Novum. Das hat es in der Form bisher noch nicht gegeben bei einer Inbetriebnahme. Das hört sich jetzt schon nach Chaos an, kurz davor erst informiert werden, wo man ankommt. Warum wird es überhaupt gemacht? Wie begründet das die Bahn? Will man nach diesem Desaster lieber unauffällig starten? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Die Bahn begründet es tatsächlich mit dieser digitalen Technik. Also diese neue Technik, die hier in diesem Bahnknoten verbaut wird, die hat es in dieser Form in so einer Komplexität bisher noch nicht gegeben. Man hat es noch nie in einem Bahnhof verbaut. Auf Streckenabschnitten gibt es die Technik schon, aber mit so vielen Gleisen, mit so vielen Möglichkeiten wie Züge fahren, ist es eben ein Novum. Und die Bahn sagt, da kann man gar nicht so ohne weiteres einfach mal den Schalter umlegen, sondern man muss es tatsächlich erst mal peu à peu hochfahren, ganz Stück für Stück alle Elemente zuschalten und das eben mal testen. Und zu Tests gehören eben auch Fahrgäste dazu. Dementsprechend bezieht man die mit ein in diesen Test. Und damit ist es sozusagen ein Testbetrieb, wo stückweise immer mehr Züge über dieses Jahr 2026 in den Tiefbahnhof fahren sollen. Sprechen wir gleich mal über den Preis, den das alles hat. Etwa 11 Milliarden Euro kostet das Projekt. Weitaus mehr als geplant. Wer bezahlt das eigentlich alles? Ja, das ist auch eine spannende Geschichte, weil die Bahn hat ja Projektpartner. Das ist das Land Baden-Württemberg, das ist die Stadt Stuttgart, das ist der Verbandregion Stuttgart und das ist der Flughafen Stuttgart. Und alle haben einen Vertrag darüber, wer wie viel zu zahlen hat. Und jetzt ist das Projekt aber sehr, sehr viel teurer geworden. Rund sieben Milliarden Euro teurer als ursprünglich geplant, als man diesen Vertrag unterschrieben hat im Jahr 2009. Und vor Gericht hat da jetzt über ein Jahr ein Gerichtsstreit getobt, ob die ganzen Projektpartner von der Bahn, also Land, Stadt und Verband und Flughafen, etwas dazu zahlen müssen. Und das Gericht hat jetzt vor ein paar Wochen erst entschieden, dass tatsächlich die Bahn alleine diese Mehrkosten tragen muss. Das ist natürlich eine Kosten, die dann auch der Steuerzahler tragen muss, weil schlussendlich ist der Bahn in der Hand des Bundes, also es gehört dem ganzen Staat. Und damit muss solche Kosten der Steuerzahler dann am Ende tragen. Von einem Erfolgsprojekt kann man ja schon lange nicht mehr sprechen. Wer wird eigentlich in die Verantwortung genommen für diese Misere? Ja, die Bahn hat ein Unternehmen beauftragt, was für diese digitale Technik zuständig ist. Also diese digitale Technik ist das Problem an dieser gesamten Geschichte und auch an der gesamten Verzögerung. Und dieses Unternehmen ist verkauft worden. Erst vor ein paar Jahren gab es die Vergabe überhaupt an dieses Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist verkauft worden. Dadurch sind viele Mitarbeiter abgewandert von diesem Unternehmen. Man hatte schlichtweg nicht mehr das Personal und die Kapazitäten. So begründet es heute die Bahn. Wir wissen aber auch, dass es Probleme im Innenausbau des Tiefbahnhofs gibt. Wir wissen, dass der Innenausbau nicht vorankommt. Man ist weit hinterm Zeitplan. Also es gibt mehrere Gründe. Die Bahn sagt aber ganz klar, wir sind eigentlich gar nicht schuld. Dieses Unternehmen, was wir beauftragt haben, kommt nicht hinterher. Und die schaffen es nicht, die digitale Technik rechtzeitig zu verbauen. Vor der Pressekonferenz heute gab es ja wieder große Proteste. Die Gegner fordern immer noch einen Projektabbruch. Wie realistisch ist das? Grube einfach wieder zu? Geht das? Ja, so einfach ist das tatsächlich nicht. Die Baustelle, wenn man sich die anguckt, ist ja schon sehr, sehr weit. Man kann schon richtig spüren, wie das mal sein wird, wenn dort Züge fahren. Dementsprechend ein Projektabbruch, dass man es einfach da wieder zuschüttet. Das ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Die Gegner selbst fordern ja auch nicht, dass man die Baustelle wieder rückgängig macht. Die Gegner fordern eine Umnutzung des gesamten Konzepts. Die möchten da ein Logistikzentrum sozusagen draus machen für Güterverkehr. Aber auch das, da sind sich Experten relativ einig, ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Dementsprechend ist es eigentlich, alle sind sich eigentlich einig, diese Baustelle ist schon so weit. Es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, jetzt noch irgendwie die ganze Planung über Haufen zu werfen. Auch in Stuttgart ist man sich einig, es hat vieles nicht so geklappt, wie man es ursprünglich wollte. Auch da sind sich alle einig, aber jetzt muss man so ein Stück weit auch Augen zu und durch. Jetzt macht man das Ding fertig und dann nimmt man das auch in Betrieb, wie geplant. Aber wann es fertig wird, das ist ja auch die Frage. Der Fahrgastverband ProBahn ist ja skeptisch, was das Datum 2026 angeht. Schon dieses Jahrzehnt wäre ein Erfolg, sagt der Verband. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht denn eine Eröffnung in zwei Jahren? Man muss jetzt natürlich dazu sagen, bei Stuttgart 21 lehrt einem natürlich die Geschichte, dass man mit diesen Eröffnungsterminen vorsichtig ist. Als der Vertrag 2009 unterschrieben wurde über die Finanzierung, ist man von einer Eröffnung im Jahr 2019 ausgegangen. Dann war 2021 angesetzt, jetzt ist 2025 angesetzt gewesen und wir erfahren heute, dass es natürlich mindestens noch ein Jahr länger dauert. Der Verkehrsminister Herrmann, also der baden-württembergische Verkehrsminister Herrmann sagte so schön gerade in der Pressekonferenz, ich werde nicht mehr sagen, dass das definitiv der Eröffnungstermin ist. Wir gehen aktuell davon aus und das wissen auch alle hier in Stuttgart, dass man bei so Eröffnungsterminen vorsichtig ist. Der Oberbürgermeister Nopper hat ganz klar gesagt, wenn dieser Termin aber wieder nicht gehalten wird, dann werden wir nicht nur unfreundlich, dann werden wir auch ungemütlich. Wie genau dieses Ungemütlichsein aussehen wird, dazu wollte er sich jetzt nicht konkret äußern. Die Bahn wiederum hat auf ihrer Weise klargemacht, sie stellt sich heute nicht hin, um einen möglichen Eröffnungstermin zu nennen, sondern die Bahn sagt ganz klar, wir wollen diesen Termin halten. Wir wollen im Dezember 2026 alle Teile von Stuttgart 21 in Betrieb nehmen. Vielen Dank für diese Informationen. Frieda Kümmerer, SWR-Bahnexperte.